Ich hatte natürlich zuerst einmal eine Idee, gewusst, dass ich eine Firma gründen möchte. Sonst aber vor allem ist ein riesiger Berg von unsortierten Gedanken da gewesen. Ein Logo, einen Firmennamen brauchen, soll es ein GmbH, soll es ein AG werden. Die Interamedia hilft auf jeden Fall zuerst einmal Prioritäten setzen. Ein Ansprechpartner für Visitenkarten, für das Logo, alles schön auf persönliche Bedürfnisse ausgerichtet. Ich kann sogar aus verschiedenen Paketen irgendwann die Dienstleistungen kombinieren, weglassen oder etwas dazunehmen. Eine einzige Adresse für zig Angebote für meine wirkliche Kernkompetenz habe ich endlich Zeit. Ich von meiner Seite bin richtig froh, dass es Interamedia gibt. abonee. Tschüss. Schausten.